Ihr werdet in der Hinsicht auch immer wieder mal hören. Warum können nicht einfach beide Entscheidungen treffen? 50, 50. Warum kann man nicht einfach eine Beziehung auf Augenhöhe führen? Weil. Ich werde heute auf den psychologischen Aspekt eingehen, wieso feminine Frauen sich ganz automatisch dominante Männer suchen und wieso das auch sehr gesund ist für die Beziehung. Den Aspekt der Hypergamie, dass Frauen gerne aufwärts daten, habt ihr schon verinnerlicht. Heute werde ich eben ein wenig tiefer graben. Männer und Frauen haben hier in Deutschland dieselben Rechte. Es gibt viele Frauen, die es sehr weit gebracht haben auf der Karriereleiter. Ob ich die Frauen noch als feminin bezeichnen würde, ist eine andere Geschichte. Je mehr sie Tag ein, Tag aus mit Logik konfrontiert sind, desto mehr rutschen sie auch in Richtung Maskulinität. Aber lassen wir dieses Thema für dieses Video einfach mal ruhen. In einer Beziehung wollen sie es jedenfalls nicht. Nein! 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 Eine Frau findet den Nice Guy, der sie auf einen Podest hebt und anhimmelt. Vielleicht eine Zeit lang ganz amüsant. Gleichzeitig wird sie untenrum aber auch trocken. Selbst diese ganzen Hardcore-Feministinnen da draußen, die für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht kämpfen, steigen schlussendlich mit sehr maskulinen Männern ins Bett, die sie dominieren. Im Alltag sind moderne Frauen heutzutage in der Regel anderer Meinungen. Du brauchst nur mal kurz auf die Straße gehen und einige Frauen mal danach fragen, ob sie lieber in einer Beziehung mit völliger Gleichstellung wären oder lieber mit einem Mann zusammen, der in ihren Augen eine Überstellung einnimmt. Mehr als die Hälfte würde die erste Option wählen. Es stimmt nicht. Die meisten würden eigentlich lieber Option 2 wählen. Sie wollen sowas aber nicht mehr aussprechen. Moderne Frauen sind in der Hinsicht kognitiv dissonant von dem, was sie wirklich wollen. Einerseits zeigt ihr Verhalten eben, dass es ihnen gut tut, sich einem Mann unterzuordnen. Andererseits wird ihnen schon von klein auf eingeredet, und feminin zu sein, wäre eine Schwäche. Was willst du? Was willst du? Nein, das ist nicht so einfach. Was willst du? Diese Dissonanz macht kein gutes Bauchgefühl, deshalb sprechen sie in der Regel das aus, was gesellschaftlich akzeptabel ist, ohne ihre Gefühle zu erforschen oder einfach mal ihre vergangenen Liebhaber zu analysieren. Aus dem Grund hat man in der Regel auf das Verhalten bei Frauen zu achten, anstatt auf das, was sie von sich geben. Schon alleine der Begriff Unterwürfigkeit ist heutzutage ein Tabu-Wort geworden. Nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer fehlinterpretieren diesen Begriff. Ich habe diesbezüglich schon so viele Kommentare gelesen unter meinen Videos. Dabei beschreibt das Wort Unterwürfigkeit genau das, was ich euch in diesem Video erklären möchte. Wir Männer begehren unterwürfige Frauen. Es beschreibt eben keine Beziehung, in der der Mann die absolute, autoritäre, ultimative Entscheidungsgewalt ist. Nein. Ein Mann, der die Führung übernimmt, macht das in der Regel nicht, um irgendeine Art Vorteil daraus zu ziehen. Er fällt Entscheidungen auch zu ihrem Wohlbefinden. Es wird Tage geben, da wird er ihre Meinung mehr berücksichtigen als seine eigene. Es wird auch Tage geben, da werden beide Parteien durch eine Entscheidung glücklicher werden. Und es wird Tage geben, da wird er seine eigene Meinung durchsetzen. Wie ihr seht, ist das Ganze nicht gänzlich mit Spaß und Dominanz verbunden. Er übernimmt praktisch den Stress, der dabei entsteht, schwierige Entscheidungen treffen zu müssen. Worauf ich hier hinaus will, ist, dass nur weil eine Frau sich einem Mann unterwirft, es ihn nicht zum Diktator macht. Ganz besonders leben wir hier auch nicht mehr in den 50ern. Wenn er keine guten Entscheidungen treffen kann, die ihr langfristig zugutekommen, kann sie doch ganz einfach die Wiege machen. Ihr werdet in der Hinsicht auch immer wieder mal hören, Warum können nicht einfach beide Entscheidungen treffen? 50, 50. Warum kann man nicht einfach eine Beziehung auf Augenhöhe führen? Weil unser uralter Sourcecode nicht darauf programmiert ist. Hunderttausende Jahre menschliche Evolution durch natürliche Selektion lässt sich nicht ausradieren durch 70 Jahre gesellschaftliche Evolution oder sollte ich lieber 70 Jahre Devolution sagen. Es kommt für uns Männer ganz natürlich. Wir sind im Kern darauf programmiert und Frauen sind es eben nicht. Dazu habe ich ein Video erstellt, die weibliche Unterverantwortlichkeit oben rechts verlinkt. Das Überleben des Stärkeren, also Survival of the Fittest und der Burden of Performance, das sind Dinge, mit denen sich Männer jahrtausendelang herumschlagen mussten und auch heute noch herumschlagen müssen. Frauen mussten sich das nicht antun und sie müssen es sich heutzutage auch nicht antun. Ihr müsst eine Frau einfach mal erleben, die diesen Sprung schafft. Es schafft diese kognitive Dissonanz diesbezüglich in sich aufzulösen. Sie kann sich anschließend in ihrer Feminität regelrecht suhlen, wenn sie sich einen Mann sucht, der diesen unangenehmen Part für sie übernimmt, weil es für ihn eben auch einfacher ist. Denn eine Sache musst du als Mann unbedingt begriffen haben. Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Du kannst ihr lediglich dabei helfen, ihre Rolle in der Beziehung zu finden, sodass sie es leichter hat. Alles andere liegt bei ihr. Ist das klar? Zu Befehl, Drill Sergeant! Wenn ein Mann führt, kann ein Paar glücklich werden. Wenn eine Frau führt, dann sind beide unglücklich. Sie übernimmt damit nämlich eine Rolle, die ihr nicht in die Wiege gelegt wurde. Gleichzeitig kann er aber nicht seine eigenische Rolle erfüllen. Ein weiteres Problem ist auch die Verweichlichung der Männer. Wie soll heutzutage ein kleiner Junge denn noch lernen, zu einem ernstzunehmenden Mann heranzuwachsen, wenn er von einer Single-Mutter rausgezogen wird oder einen Vater hatte, der selbst nicht wirklich dominant war? Es wird von Generation zu Generation schlimmer. Aber ich komme mal wieder zurück. Das war nur ein kleiner Exkurs. Ein Riesenfaktor für Frauen, wonach sie Männer auswählen, ist körperliche Dominanz. Die Körpergröße und Muskeln spielen eine große Rolle. Deshalb haben es große Frauen beispielsweise auch nicht so leicht, einen Partner zu finden. Es gibt natürlich Ausnahmen. In der Regel kann man aber sagen, dass eine Frau nicht gerne nach unten guckt, wenn sie ihren Freund küsst. Auch sie will sich süß, klein und feminin fühlen in seiner Gegenwart. Große Männer haben es in der Hinsicht auch leichter. Bist du als Mann etwas kleiner, kannst du es durch Muskeln zu einem bestimmten Grad auch wettmachen. Du hast sie idealerweise in allen Belangen zu dominieren. Körpergröße, Muskeln, Stärke, Intelligenz. Du bist idealerweise älter, attraktiver und verdienst auch mehr. Je mehr du an diesen Attributen arbeitest, ausgenommen Körpergröße und an deinem Alter kannst du auch nichts machen, desto attraktiver wirst du auch wirken. Du wirst in einem stetig größeren Pool fischen. Frauen haben eben auch unterschiedliche Vorlieben. Es gibt sogar Frauen, die legen nur Wert auf Intelligenz. Um mal auf den psychologischen Aspekt dahinter einzugehen. Warum lieben Frauen Männer, die ihnen überlegen sind? Die kurze Antwort ist, sie wollen sich sicher fühlen. Frauen lassen auf Instinkte in der Regel Emotionen folgen, dann erst Logik. Das macht sie chaotisch. Männer hingegen lassen auf Instinkte in der Regel Logik folgen, dann erst Emotionen. Das sorgt für Ordnung. Sie sucht instinktiv Ordnung, um sich vor dem Chaos da draußen und sich auch vor dem Chaos, der in ihr selbst ruht, zu beschützen. Bist du körperlich stark und groß, kannst du sie vor Fremden beschützen. Bist du finanziell gut aufgestellt, kannst du sie vor Hunger und Obdachlosigkeit beschützen. Bist du intelligent, kannst du sie auch emotional unterstützen. Du bist dann eben nicht mehr leicht zu manipulieren und das wiederum schützt sie vor sich selbst und auch vor negativen Einflüssen anderer Menschen auf sie. Wie ihr ganz offensichtlich erkennt, lieben Frauen opportunistisch. Je mehr du von Nutzen bist, desto stärker ist eventuell auch ihre Bindung zu dir. Sie ist eine Überlebenskünstlerin. Männer und Frauen sind gänzlich unterschiedlich. Männer streben in der Regel nach Freiheit. Frauen streben in der Regel nach Sicherheit. Eine Frau ist von Natur aus sehr chaotisch. Entsprechend ist es nur natürlich, sich einen Mann zu suchen, bei dem sie sich sicher fühlen kann. Sie braucht jemanden, der ihre Laune und Manipulationen auch erkennt. Das wirst du relativ zeitnah merken, wenn du mal lernst, klare Grenzen zu setzen. Du wirst merken, dass sie sich fügen wird. Es ist immer ziemlich amüsant mit anzusehen, wenn eine Frau überemotional reagiert und sie aufnimmt, wie der Mann ihren inneren Chaos erkennt und sie sich dadurch auch wieder stabilisiert. Hat sie in ihren Augen einen Mann gefunden, zu dem sie aufschauen kann, dann wird eine feminine Frau auch ganz automatisch unterwürfig ihm gegenüber. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn